Battlefield hat mich nicht so motiviert, irgendwie. Du hast ja viel gesagt, weiß ich. Ja, aber trotzdem. Ich war so... Irgendwann war dann aber auch auf einmal Ende so und danach hab ich dann auch nie mehr gespielt. Yo, und da sind wir auch wieder zurück zu der neuen Folge Titanfall. Grüß Gott, grüß Gott. Wir zocken weiter Hardpoint, weil wir wollen jetzt noch mal gewinnen. Ja. Und dann können wir nachher nochmal vielleicht Last Titan Standing oder so machen. Das ist mir fast der Lieblingsding. Echt? Ja, weil da musst du taktisch spielen und nicht jeder rennt mit ihrer durch die Gegend. Ja gut, das könnten wir auch so im Team machen, aber... Naja, aber du ziehst halt keinen Verlust raus, wenn du's nicht machst. Ich find das halt ganz cool, wenn das so wär wie bei Battlefield, da warst du ja in so Squads, weißt du? Und die Squads konntest du dann auf der Map sehen, deine einzelnen Leute. Ja, aber bei 6 Leuten brauchst du keine Squads. Ja, nein, ich mein aber so, überhaupt weiß ich, wenn du ein Team bist, dass man sich dann auf der Map sieht, das fänd ich schon cool, weißt du? Ja, ne, also was ich geil fänd ist, wie gesagt, äh... wenn, wenn's so'n Mod gibt, wo man einmal schimpft und draußen ist, und dafür geht der halt 10 Runden oder so an. Weil dann ist's echt taktischer. Ja, aber gut. Und deswegen finde ich Last-Zeiten ist dann egal, weil du da echt aufpassen musst. Und Taktik, okay, jetzt links, rechts. Und hier ist halt einfach nur rein, genau, Rucksackladung. Ach, die Map ist das, okay, alles klar. Da geht's doch in Ordnung, eigentlich. Ja, die ist eigentlich mein Lieblings-Lab, muss ich sagen. Find ich am coolsten. Mit den Bäumchen? Jo. Warum? Ich habe eine Avocado-Pflanze gepflanzt. Ja. Und hab sie Moritz genannt. Okay. Wie Sebastian Moritz von EA. Genau, der. Daher hat die ihren Namen, ne? Stimmt. Genau, ich bin Sebastian Moritz. Was sind denn hier welche? Hier sind gar keine. Ich hab auch keine, aber die Map ist gut. Ach, geht. Ich hab First Blood. Sehr gut. Kriegt man dafür extra Punkte, oder sagst du's? Nee, da kriegst du extra Punkte für, glaub ich, ne? Ja. 50 oder was? 100 oder 200, ja. First Blood, Blood, Blood. Genau. Ist ja cool, wenn sowas kommen würde. Ist aber nett von denen. Ich bin bei Alpha. Oh, irgendjemand ist aus dem Skype geflogen. Ich nicht. Den Kapuzen wollen wir dann. Ah, du bist auch hier, okay. Ja, ich bin gerade rausgekommen. Ja, ich meinte der Mörser, dass er auch hier ist. Rucksackladung, ist der noch da? Mörser? Ich geh grad zu A, ich geh grad zu A. Ist wer bei A? Ich bin bei A, ich hab den grad gesichert. Ah, ich hab grad Schüsse gehalten. Das war ich ja. Sehr gut. Sehr gut. Immer Ball an. Oh, warte, da ist der, da ist wir draußen. Ich hab ihn einmal getroffen. Jawohl. Sehr gut. Oh, ich muss hier hoch. Ich will hier hoch. Bei dir ist so ein nicer Spot. Ja, ich bin schon wieder weg. Ich bin grade an der Super Camper Posi. Weiß wer bei A, würdest du das bitte zurück einnehmen? Oh, zwei bei C. Zwei bei C, okay, dann geh ich nach C. Wir verlieren, Charlie. Ich heiß doch gar nicht Charlie. Ja. Lol, wie groß die Map ist? Wie lange ich brauche, um zu A zu fahren? Dein Auto Titan, der ist ja noch voll drin am rum, äh. Am rumschießen. Was ist das für, was ist 40mm-Geschitz? Hol ich mir jetzt auch. Ja, für den Titan ist das halt so eine Waffe, ne? Ja, Wahnsinn, was ist das fies? Wieso ist das noch umkämpft hier? Ach, da draußen ist nur ein Titan, ne? Kann sein, ja. Der eine Titan macht da ziemlich viel Stress. Klor, Alter von hinten? Was soll der Scheiß? Ich glaub, das ist voll über H? Nö, wir sind doch noch relativ gleich auf. Oh, komm, Alter. Ich hab jetzt C. Ach, da ist, ist gar keiner von mir. Ich hab einen Titan totgewässer. Titan, jetzt hier mit dem Auto Titan rum. Nö. Ach so, ja klar. Warum denn nicht? Also. Ist doch gut, weil dann macht der für mich Kills und ich kann trotzdem noch rumlaufen. So. Ich hol mal Bravo. Ich bin bei, ähm. Ma, ja, ist doch so klar, ey. So behindert, weißt du, der ist schon 5 Meter hinter mir, schießt dann und ich bin tot, obwohl er gar nicht in meine Richtung guckt. Da kriegt die Kotze, sorry. Ätzend sowas, ey. Ich hasse sowas. Mhm. So, ich geh jetzt nach Beta. Oder Bravo. Und ich hab unendlich Minen. Also die Burning Card, unendlich Minen. Ah, okay. Okay. Jetzt renomm' jetzt. Ich überfall' hin. Ach, so. Burn Card widerrufen. Spacko, ey. Bravo hab' ich. Oh, ich weh' die nicht, das ist wie zu beständig. Ich, ich geh' jetzt nach Charlie. Noch jemand auf den Weg nach Charlie? Äh, ja, ist zu weg. Aber okay, ich hab' extra für dich die Direction. Oh, tja, Mr. Tom Hill, du musst schon treffen mit dem ersten Schuss, wenn du mich mit der Schröte töten willst. Maaah, ey, weißt du? Die, diese blöde 40 Millimeter, ey. Die schießt irgendwo in eine Wallachai und trifft dich dann. Das nervt mich echt mega an. Ja. Boah. Ziemlich stark, ey. Ja. Kannst auch stehen bleiben manchmal direkt als, als Pilot, ey. Okay. Ich hol' B. Was findet ihr besser? Titanfall oder Battlefield 3? Ah, Titanfall. Jetzt, du hast jahrelang Battlefield 3 gespielt, ehrlich? Ja. Okay. Definitiv. Ist einfach viel geiler, hat Movement und so. Ja, aber, wenn's etwas Neues ist, aber so von Langzeitmotivation und so? Nö. Ja, auf jeden Fall. Battlefield hat mich nicht so motiviert, irgendwie. Du hast ja viel gesagt, weiß ich. Ja, aber trotzdem. Ich war so. Irgendwann war dann aber auch auf einmal Ende so. Und danach hab' ich dann auch nie mehr gespielt. Okay. So, Beta, Charlie und Alpha haben wir. Aber Charlie wird grad eingenommen. Wir haben Alpha. Ich bin am Weg nach Charlie. Okay. Jetzt rennen alle dahin. Hey, du näherst dich Charlie und so. Das ist gut und so. Und so, ey. Voll geil. Das ist gut und so. So, einen hab' ich schon mal gekillt. Den Cheesecakes. Laut Kampfprognose wird es extrem eng. Sagt sie? Ja, hat er gesagt gerade, ja. Wo ist denn hier einer? Irgendwo muss hier einer sein. Deshalb wird Charlie nicht übernommen. Das geht auch, ja. Los, komm direkt zu mir hin, Titan. Komm, komm, komm. Komm, komm. Komm, komm. Komm mal schön beim Spei hier. Wieso kriegen wir das hier nicht? Irgendeiner muss doch hier sein noch. Okay. Wir haben Charlie jetzt gleich. Oh, die haben Alpha. Dafür haben wir aber jetzt Charlie. Wieso Alpha? Meinst Bravo? Alpha war ich die ganze Zeit. Achso. Warum, weil du jetzt top bist, meinst du die haben da direkt? Ja. Sieht aber nicht so aus, ne? Bin wieder da. Wo ist mein Titan? Da ist er, mein Auto-Titan. Ich hab ihn doch gar nicht geschossen. Warum ist er da? Ich neutralisiere Bravo. Ich hab's gleich. Neutralisiert. Und 50% erobert. 100% gleich. Ich hab Bravo. Irgendwo muss hier doch einer... Ja, ist doch so klar, ey. Ich werde von draußen von jemandem mit einer Cluster-Rakete getroffen. Das ist jetzt echt lächerlich. Das ist durch die Decke gegangen, der Schaden. Ich war da drunter. Ja. Was ich auch gerne mache, ist, wenn ich den Schleudersitz habe und rausfliege, dann noch zum Titan-Raketen-Granaten werfen. In der Luft. Ja. Und die gehen auch... Die... Die gehen auch bis unten los. Richtig geil. Ich hab schon so viel da durchgekillt. Okay, ich hol Bravo. Mal wieder. Also zu A kommt keiner mehr hin. Ja, gut, ne? Ich geh zu mir. Die haben aufgegeben. Ja, komm zu mir, Kapuze. Ich bin auch hier. Ja, ich geh zu mir. Okay. Super gemein. Ja. Ja, ich will mal noch kurz hier bleiben, weil die werden jetzt bestimmt hier... Oder? Ne, die gehen nach C, glaube ich. Ah, da war. Ja. Ah, warte mal. Oh, oh. Die haben C, aber wir gewinnen noch 15 Punkte. 13, 12. Ja, gewinnen wir locker. Ja, keine Chance hatten wir. Ne, hatten sie auch nicht. So, ich hol grad C noch schnell. Sieg. Oh, we won. Match abgeschlossen. Burn Card erhalten Sieg. Was kriegt man dafür? Ja, hab ich auch gespannt. Hab ich auch bekommen. Du benutzt doch, du kriegst doch instant Sieg. Genau. Sieg. So, direkt am Anfang so. Hä? Oder alle um dich rum schreien heil. Sieg. Sieg. Hä? Hä? So, okay. Dein Charakter sagt, dass alle rundherum sind die... Abfangen, abfangen. Oh, wir müssen... Ah, da müssen wir die abfangen. Okay. Ich höre mit die. Geht hin, geht hin. Ja, er schießt durch meinen Titan durch und trifft mich dann. Ich bin extra so dazwischen gegangen, ey. Aber hat er den zumindest... Der Schiff ist da! Der Schiff ist da! Der Schiff ist kaputt. Der Schiff ist kaputt! Los, schießt kaputt! Noob, ey! Der Schiff ist kaputt! Der Schiff ist kaputt! Der Schiff ist kaputt! Aber wir haben gewonnen, ne? Krass. Der Mörser macht voll Party da. Disco-Nebel, Lasereffekte, oh, guck mal, also, ne, ich will ja nix sagen, ne, aber ihr wart ganz schön faul. Boah, ich bin nett, so wie kann man das? Guck mal, wie viele Punkte ich hab, aber auch rabbi krank, ey, dabei hab ich gar nicht so viel gemacht eigentlich. Ich hab gut verteidigt, 1000. Ja, ich hatte 2600, ey. Ja, du hast Angriff, äh, 2000 gehabt. Ja, aber da hast du einen Angriff, hä? Wenig, ich hatte Verteidigung sehr viel. Okay, okay, okay. Ja, das ist nur 50. Ja, und, da vielleicht doppelt so viel der Angriff war. Na gut. Wie viele Punkte habt ihr? Äh, brr, brr, warte. 3800. Wie? 3800. Was, echt nur? 4000, äh, 7023. Okay, na gut, ich hab eine Herausforderung, ich hab 14.000. Einmal der Spieler mit den meisten Punkten in deinem Team sein, hab ich bekommen, cool. Boah, einmal. Ja, ist nur. Eins von eins, musst du dafür nur machen. Ja, das ging so lieb. Einmal, das ist geschafft. Einmal. Ja, und wie es weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge übermorgen, ne? Bis bald. Haut rein, ciao. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020